Die wollen Stress. Ich dachte, die waren Verbündete oder sowas. Die wollen uns Böses. Die Stefans. Wird der uns auch Böses? Perfekt. Aua. Da geht's lang, aber hier geht's auch lang. Mal gucken, was es da unten gibt. Kisten. Und zwei Tränke. Okay. Heiltrank, Heiltrank, Küste. Hoffentlich lohnt sich's, hoffentlich lohnt sich's. Komm schon, komm schon. Naja, kann man alles verkaufen? Bringt alles Geld. Ja, ist ja gut. So, jetzt aber wirklich hier lang. Ja, ich bin ein Eindringling. Ja, und was will ich so machen, ne? Muss ja nicht sterben, ne? Wie konnte der mich durch die Wand sehen? Okay, wie du willst. Ah, wie schnell hauen die zu. Oh. Oh. Na schön, komm her. Die gehen noch kaputt. Oh. Schon wieder so'n Stefan. Da war irgendwo noch ne Kiste. Ja, genau die hier. So, was haben wir hier denn schönes? Ähm. Nö, ist nicht stärker. Da ist nix. Hier ist auch nix. Dann gehen wir mal nach oben. Boah, 12.000, ne? Das kann sich schon sehen lassen. Ah. Können wir uns ne neue Ausrüstung kaufen? Eventuell beim Schmiedern. Oder aber das Haus in Oakvale. Und was ist das jetzt für ne Szenen? Oh. Okay. I told you. Touch me again and I'll wring your neck. Wait. I know you. No. It's a tricke. You're not my son. So, ich hoffe mal nur, dass jetzt die Tonspur an war. Ah, eine Folterkammer. Na, lecker. Was muss ich machen? Ah, hier kommen wir durch. Sehr schön. Anfolge mir mal. Ich boxe dich da schon irgendwie durch. Komm her. Aua. Aua. Vielen Dank. Ich bin nicht untot. Ich hab's auch nicht vor zu sein. Oh, wir sind hier falsch. Wir müssen hier durch, ne? Auf dem gleichen Weg, wie ich gekommen bin. Also jetzt im Spiel. Das hört sich immer noch falsch an. Ja. Ich weiß schon, was ich machen werde. Oh, die sind nicht freundlich. Ähm, ich muss gleich mal wieder umschalten auf... Ihr wisst schon, was für eine Attacke. Hallo? Bis soll ich nicht herauskommen? Um... Psst, hey, you, in the cell, next to you. I guess you're the one they've been hot-pokering all this time. I could hear you squirreling all the way down here, mate. Nothing to be ashamed of. They know their pain here. Wait a minute, I know who you are. You're that gladiator, ain't ya? Beat the arena and let the big prize go to save pretty little whisper, didn't ya? Oh, we don't get your kind in here often. Would you do? Kill a mayor? Slice up some pigs? Bet the warden can't believe his damn luck. Aha. Alter, beeil dich mal mit dem labern. Here, he has us dragged out of ourselves, shows us a little sunshine, so we know what we're missing. And sticks us back in. Doesn't do it out of the kindness of his heart either. They race us around the courtyard and take bets on who will win. Alter. And the governor gets a trip to the warden's office and... Well, what goes on in there is too cruel to mention. Still, at least you get a good look at his place. Then there's more than books and furniture in there. Huh? Huh? Look lively, scum. Time to move out. It's race time. And you'd better put on a good show. Some of us have bet a lot of money on you. Win. Win, and we like you. Lose, and you get around in the torture chamber. That sounds fun. Yes, sounds fun. Ist ja gut, lass mich raus, ich mach dich fertig. Right, you miserable sons. I want to see a dirty race. Plenty of pushing and shoving. You hear me? Now, get into possessions. Three, two, one. Uh-huh. Call that running, you snail. Keep running, scum. Okay. Okay. Verzieh dich. Move it, move it, move it. Okay, 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 okay. Move it, move it, move it. Keep running, scum. Get your finger out, Pussbag. Ha-ha. Finger out, Pussbag. Get a move on, you ugly maggot. Bravo. We have a winner. We have a winner. Guards, escort him to my office. Welcome to my modest quarters. You have earned yourself a singular reward. One of my world-famous poetry readings. Yes, that's right. These stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one's sound from you. Pouring forth one's soul requires the utmost concentration. Uh-huh. Okay. Okay. The cycle will begin anon. Remember, I require total silence. The cautionary song of the jailbird. Behold, the ball, the spirited sparrow. As a god fly above our dreamy jail. None can harm it. Not even an arrow. And should you try, you would surely fail. Its tail does bore forth from its being. Aha. Okay. War doch richtig. Home to your temporary home. The torture chamber. We're going to have some fun with you. Haha. Yeah, we're going to enjoy this. Au. Das klingt nicht nett. The darkness of the cell consumed the hero's mind. And it consumed his life too. Another year would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins. The power of the guild. None of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten. He would be free. Aha. Jetzt werden wir anscheinend wieder älter, hoffe ich mal. It's a special day today. You'll find out soon enough. Let's bug him in the holding cells with the others. Well, 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 well. Here we are again, eh? Stay in there. And I'll get to you in a moment. You might have noticed there's a few less of you this year. Tch. I wonder what happened to them, eh? Aha. Okay. Der lässt uns schon wieder nicht raus hier. Lass mich raus. Der langweilt mich zu Tode. Lass mich raus. Lass mich doch raus. Ich will nicht mit nem Ehren drin sein. Time to move out. It's race time. And you'd better put on a good show. Some of us have bet a lot of money on you. Halt die Backen und lass mich hier raus. Lose. And you get around in the torture chamber. That sounds fun. Yes. Sounds fun. Hehehe. Äh. Schnauze. Los, 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 los. Das müssen wir schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja gut, die sind hinter mir und zwar einiges. Ja, die sind einiges hinter mir. Das packen die nicht. Hoffe ich mal. Drei Stück sind hinter mir. Einer hängt entweder da unten fest oder das ist nur irgend so ein... Wir wünschen einfach nur immer gewinnen, dann werden wir wieder Liebling. Wie oft denn noch? Schnauze. Gäste. Schnauze ist die präestiere Kone. Oh, Schnauze ist die prästiere Kone. Denn es ist in ihr Name, ihr Augen und ihr Soul. Sie macht mich fühlen, zehn feet höher. Versehen sie, ist zu verlieren Kontrolle. Sie lebt in der Nordseite, unter den Ränschen. Und ich schaue sie auf den Todesfäden. Sie sind immer das gleiche. So, und auf damit! Anders müssen wir dreimal machen, oder was? Ach so! Und das Ganze jetzt nochmal! Also entweder können wir jetzt aufschließen, oder... Ach, wir können abhauen! Wo hat denn der Schlüssel versteckt? Das will ich gar nicht wissen. Ich warte einfach mal, ob der nochmal kommt. So, warte ich einfach mal ab. Und ich will ja noch das dritte Buch aufmachen. Dann mach ich das noch mit dafür, komm! Gut, der ist still. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, wir machen ganz kurz einen Cut an der Stelle. Und bis gleich!